Das Volk will es natürlich auch heute. Was natürlich auch zu beobachten ist, dass der Fußball sehr stark von der Politik instrumentalisiert wird. Die Bilder von Mutti, also von Angela Merkel, wie die deutschen Nationalspieler knuddelt und ganz süß auf der Tribüne auf- und abspringt, wenn Deutschland gewinnt oder verliert, sind natürlich jedem im Gedächtnis. Auch das hat natürlich Tradition. Auch da ist der Fußball wieder ein Spiegel der Gesellschaft. Nehmen wir mal das Duo Adenauer und Herberger in den 50ern. Später dann mit den 68ern, als die Fußballspieler plötzlich als Rebellen vermarktet wurden und Willy Brandt die Wahlen gewann. Ein bisschen zur bleiernden Kohl-Ära mit Berti Vogts. Und heute haben wir ein paar mehr oder weniger sympathische, meist sympathische Jungmillionäre, die von Angela Merkel angefeuert werden, die ihrerseits in die liberale Politik eintritt. Auch das hat eine gewisse Kontinuität. Hören wir noch eine telefonische Frage. Also als Nicht-Fußball-Fan hätte ich eine Frage an den Autor. Und zwar im Profifußball zahlt der Staat viel an den Profifußball und an die zum Beispiel Polizeieinsätze bei Fußballspielen gehen auf Kosten der Steuerzahler. Sportstadien werden mit Hilfe der Steuerzahler mitfinanziert. Ein Teil der Lottogelder geht in die Sportförderung, vielleicht an alle Sportarten, aber es entlastet die Profiklubs. Deshalb meine Frage an den Autor. Was können wir als Steuerzahler tun, um uns vor diesen Belastungen zu schützen? Oder hat die Politik nicht den Mut, hier regulierend einzugreifen? Ja, es gab bereits die Fälle, bei denen die Politik diesen Mut hatte. Und zwar war das der Senat der Stadt Bremen, der ein Gesetz verabschiedet hat, dass sogenannte Risikospiele nicht mehr, also der Polizeieinsatz bei sogenannten Risikospielen nicht mehr von der Stadt Bremen getragen wird, sondern von dem Veranstalter von der Deutschen Fußballliga, von der DFL. Hatte zur Folge, dass die DFL sich kindisch angestellt hat, zusammen mit dem DFB und plötzlich der Stadt Bremen ein vorher zugesagtes Länderspiel wieder weggenommen hat. Und momentan der Stand ist, dass das Ganze vor Gerichten geprüft werden soll, ob dieses Gesetz denn wirklich so möglich ist. So einfach ist das übrigens nicht. Denn es geht natürlich, die Sicherheit in den Stadien zahlen die Vereine ohnehin selber. Der Staat zahlt nur für die Sicherheit um die Stadien herum. Und da hat der Staat natürlich auch eine, das ist eine der urstaatlichen Aufgaben, für die Sicherheit im öffentlichen Raum gerade zu stehen. Ansonsten müsste beispielsweise auch ein Helene-Fischer-Konzert oder eine Marathon-Veranstaltung, da müssten auch die Veranstalter für die nötigen Polizeikosten gerade stehen. Bremen hat es insofern ganz geschick gemacht, dass sie gesagt haben, es ist nur bei Risikospielen, also wo das Risiko nicht mehr hinnehmbar ist. Also normale Bundesliga, das sind übrigens vier Spiele sind das in der Saison. Für normale Bundesligaspiele bezahlt auch in Bremen der Steuerzahler. Und ich persönlich sehe da ehrlich gesagt auch juristisch keine große Möglichkeit, wie man diese Kosten dem Profifußball direkt auferlegen könnte. Man könnte es natürlich indirekt machen, beispielsweise über eine höhere Besteuerung, über Abgaben, die man an anderer Stelle indirekt erhebt und sich über diese Art und Weise das Geld wiederholt, dass man über die Polizeieinsätze bezahlt. Johannes Obersteller aus Saarbrücken schreibt als Mail, warum kann nicht so etwas Unmenschliches verhindert werden wie Katar? Das kommt ja in Ihrem Buch auch oft vor, also einmal die Unmenschlichkeit. Ich kann mich erinnern, da ist in Ihrem Buch eine Seite, wo man sieht, wie viel Todes es bei einer Fußball-WM in England gab, nämlich einen, also einen toten Arbeiter. Und bei Katar sind das so viele, dass ich sie gar nicht zählen konnte, da sind fast Hunderte. Ja, ja, es sind über tausend sind es. Ja, wie kann so etwas verhindert werden? Das ist eine gute Frage. Es ist, also Katar, ich habe in meinem Buch, habe ich es geschrieben, wir können froh sein, dass die FIFA korrupt ist, denn wenn die FIFA nicht korrupt wäre, müsste man im Geisteszustand der FIFA zweifeln, dass sie die WM nach Katar vergeben hat. Es ist natürlich eine Entscheidung, die nur auf Korruption zurückzuführen ist. Das verhindern kann man es wohl überhaupt gar nicht, denn wir dürfen nicht vergessen, der größte Förderer der Fußball-WM in Katar war der UEFA-Präsident, also der Präsident des Europäischen Fußballverbandes, Michel Platini. Es ist bis heute nicht geklärt, für wen der deutsche Delegierte im FIFA-Exekutivkomitee... Was kostet ein Kaiser? Was kostet ein Kaiser? Ja, das war nämlich Franz Beckenbauer, für wen er abgestimmt hat. Es ist durchaus davon auszugehen, dass auch er für Katar gestimmt hat. Die meisten UEFA, also die meisten europäischen Delegierten, haben übrigens für Katar gestimmt. Und insofern sehe ich da eigentlich keine Möglichkeit, wie man das verhindern sollte. Zumal die Fans sich... Ein Leser hatte mir mal geschrieben, die Fans würden sich Fußball-WM auch anschauen, wenn es in einem Arktis stattfindet und das ist wahrscheinlich richtig. Irgendjemand hat auch schon eine Mail geschickt, ob man sich es vorstellen könnte, dass auch mal eine in Peking stattfindet. Natürlich, ne? Ja, natürlich kann man sich das vorstellen. Wahrscheinlich wird es auch bald so sein, na klar. Nehmen wir doch einfach mal Saarbrücken, den FC Saarbrücken. Die Stadt Saarbrücken, sehr hoch verschuldet, steckt eine Riesensumme Geld in einen drittklassigen Verein, der kaum mal ein paar tausend Zuschauer hat. Also da hat es ja wohl auch mit Wirtschaft zu tun und vielleicht, könnte man auch sagen, mit Missmanagement. Man sollte eher seine eigentlichen Aufgaben wahrnehmen, gerade auch eine große Stadt wie Saarbrücken das tut. Ne, das Problem, Problem in Anführungszeichen, ist, dass Fußballfans natürlich auch Wähler sind. Und gerade eben in der Lokalpolitik, Politiker dazu neigen, Fußballvereinen großzügige Finanzierungskonditionen zu geben, Schulden zu übernehmen, Zuschüsse zu gewähren. Da das natürlich bei den Fußballfans hängen bleibt und auf die jeweiligen Politiker dann übertragen wird, was natürlich Stimmen bei der Wahl bringt. Klar, Beispiele wie Saarbrücken gibt es bundesweit zuhauf und richtig problematisch wird es dann, ich hatte es gerade eben schon angekündigt, wenn diese Vereine mal in den Konkurs gehen. Denn dann sind die Steuergelder komplett verbrannt. Das Problem mit den Stadien ist ja auch vor allem nicht, dass sie da sind, denn ein viel genutztes Stadion, das auch für Leichtathletien und anderes genutzt wird, wäre ja für eine Stadt was Schönes. Aber es werden ja immer gigantischere Dinger hingestellt. Kaiserslautern ist auch nicht so weit von uns. Und diese gigantischen Stadien kosten erstens sehr viel Geld, aber auch in der Unterhaltung kosten sie so viel, dass eine Verschuldung geradezu vorprogrammiert ist. Ja, das ist vollkommen richtig und da ist natürlich auch die DFL, also kurze Erklärung, das weiß sicherlich nicht jeder Hörer, also die DFL, das ist der Verband der deutschen Profivereine. Und da ist natürlich auch die DFL mit ihren Statuten dran schuld, denn die Statuten dort sind absurd, was die Stadien angeht. Ein Zweitliga-Verein muss dort eine unrealistische hohe Zahl beispielsweise an Sitzplätzen vorhalten. Also wenn ein Verein, der bislang nur in der dritten Liga gespielt hat, plötzlich sportlich nun die Möglichkeit hat aufzusteigen, heißt das, dass dieser Verein sich de facto sein altes Stadion zwingend renovieren muss oder sich gar ein neues Stadion hinstellen muss. Und das kann natürlich, ein normaler Verein kann sich das gar nicht leisten und irgendwer muss dort mit ins Boot geholt werden. Hat man die Wahl, entweder man nimmt die öffentliche Hand, hat natürlich die Nachteile, die gerade eben schon angesprochen wurden, oder man nimmt einen privaten Partner, hat die Nachteile, dass der private Partner das natürlich auch nicht aus Jux und Dollerei macht, sondern dafür knallhartes Geld haben will, was die Wahrscheinlichkeit steigert, dass der Verein irgendwann pleite geht. Auch da gibt es unzählige Beispiele für. Und der DFB macht ja auch Auflagen, also Vorschriften, was man alles machen muss. Zum Beispiel habe ich bei Ihnen gelesen, es muss einen VIP-Bereich geben, es muss Kiosk geben. Zu den Kiosken übrigens gerade eine Frage aus Elversberg von Dietrich Rotha. Er fragt nach dem korrupten DFB, aber auch danach, dass die Fans irre hohe Preise für Essen und Trinken in den Stadien akzeptieren, obwohl sie sonst nur bei Aldi und Lidl einkaufen. Ja, das ist auch erstaunlich. Ich meine, man muss sich das ganz einmal anschauen. Also die Bundesliga setzt, also die erste Bundesliga setzt im Jahr rund 2,5 Milliarden Euro um. Und dieses Geld muss natürlich reingeholt werden. Das geht einerseits über die sehr, sehr hohen Erlöse aus den TV-Rechten, Es geht über das Merchandising, über Werbung, aber auch eine weitere tragende Säule sind natürlich die Spieleinnahmen. Spieleinnahmen sind die Ticketpreise, die in Deutschland glücklicherweise noch überschaubar sind, aber auch dort eine steigende Tendenz festzumachen, als auch natürlich die Einnahmen aus dem Catering, wozu dann natürlich auch die Bier- und die Bratwurstpreise im Stadion gehören. Und das steht natürlich in einem direkten Zusammenhang. Je höher die Wachstumsraten sind, je höher auch die Gehälter für die kickenden Profis sind, desto mehr Geld muss der Verein für die Bratwurst nehmen. Die einzige Alternative dazu wäre, um die Preise wieder auf normales Niveau runterzubringen, ist, dass auf Kostenseite gespart wird. Und beim Profi-Fußballverein ist die Kostenseite, das sind nun mal je nach Verein zwischen 50 und 85 Prozent, sind das die Spielergehälter. Sie haben das eben schon angedeutet, dass die Ticketpreise steigen. Und noch viel schlimmer ist das ja in England, wo man auch riesige Summen zahlen muss, um das Ganze im Fernsehen gucken zu können. Und das hängt beides damit zusammen, dass der ursprüngliche Arbeitersport Fußball inzwischen eine, sagen wir mal, Gentrifizierung erlebt hat. Und das absichtlich. Das heißt, die wollen die alten Fans gar nicht mehr, weil die alten Fans nicht genügend Geld in der Tasche haben, das alles zu kaufen. Genau, genau, richtig. Also die Premier League in England setzt noch um einiges mehr, um als die Bundesliga, was sich natürlich auch an den dortigen Spielergehältern und in den Transfersummen wieder manifestiert. Dieses Geld will eingenommen werden. Und das geht nun mal nicht mit dem Arbeiter, der sich sein Jahresticket dort holt, der eine Bratwurst für 1,50 haben will und immer noch mit dem Strickschal aus den 80er Jahren ins Stadion kommt. Und der optimale Fan nach der Verwertungslogik sollte jemand sein, der zahlungsfähig ist und der auch zahlungswillig ist für die ganzen Merchandising-Artikel und Zusatzprodukte, die um den ganzen Zirkusfußball angeboten werden. Also so ein Trikot für 100 Euro, das im Idealfall auch jede Saison neu gekauft werden sollte. Und zusätzliche Dienstleistungen, die um den Fußball herum angeboten werden, sollte dieser ideale Fan dann schon konsumieren. Und da scheidet natürlich, logischerweise, scheidet da eine ganze Gruppe der traditionellen Fans aus, die dieses Geld gar nicht aufbringen kann. Dazu gehören übrigens auch Jugendliche, die auf diese Art und Weise ausgeschlossen werden. Das Ergebnis sieht man in England. Dort ist der durchschnittliche Premier League Stadionbesucher, ist, ich glaube, 43 oder 44 Jahre alt, verfügt über ein relativ hohes Einkommen, über einen hohen Bildungsabschluss. Und naja gut, das sind natürlich die Leute, die jetzt im Stadion nicht unbedingt für die Stimmung sorgen. Und jetzt beschweren sich gerade eben diese Edelfans, in Anführungszeichen, beschweren sich natürlich in England jetzt auch darüber, dass die Stimmung in den Stadien nicht mehr die ist, die man ursprünglich erwartet hat. Klar, das sind natürlich gerade eben vor allen Dingen die Fans, die jetzt nicht so finanziell fürchterlich potent sind, die dort auch mit Herzblut drin stecken, die für die Choreografie in den Stadien sorgen, die die richtige Stimmung machen. Und in England haben wir die Situation, dass selbst etwas begütetere Fans, dass die um diese Stadionatmosphäre, die sie eigentlich haben wollen, mitzubekommen, dass sie dafür in Billigpfleger nach Dortmund steigen und sich ein BVB-Spiel anschauen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, über die Parallelen zur allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftspolitik und so weiter. Interessant in Ihrem Buch ist da der Vergleich Europa-USA. Die USA sind jetzt wirklich ein erzkapitalistisches Land, sehr, sehr neoliberal in vieler Hinsicht. Die machen aber sozialistische Dinge wie eine Umverteilung an die kleineren Vereine. Die machen etwas sehr Sozialistisches wie eine Begrenzung der Spielerauswahl. Das heißt, man kann sich nicht einfach nehmen, wenn man will, wenn ein junger Nachwuchsspieler da ist. Und die haben eine Gehaltsobergrenze. Ja, da würden ja bei uns die Leute die Hände über den Kopf schlagen. Die haben sogar einen Mindestlohn. Ja, absolut. In sämtlichen amerikanischen Profiligen ist es so, dass es beispielsweise eine Gehaltsobergrenze gibt. Da gibt es verschiedene Details, gibt es da Unterschiede, das ist klar, auf die Sportarten. Aber generell wird festgelegt durch die Liga, so und so viel darf ein Club pro Jahr an Gehältern ausgeben. Wer mehr ausgibt, wird entweder mit Punktabzug oder mit anderen Sanktionen bestraft. Oder in anderen Ligen muss Geld, und zwar richtig viel Geld, in einen Pott einbezahlen, der dann an die Clubs ausgeschüttet wird, die sich an die Regeln halten. Auch was die Spiele angeht, gibt es dort natürlich ein System, bei dem die Clubs, die im letzten Jahr, ich sage es mal ein bisschen vereinfacht, die die schlechtesten waren, die haben die Möglichkeit, die besten Talente zu verpflichten. Das ist zumindest verglichen mit dem europäischen Fußball, ist das Sozialismus pur. Und warum? Es gibt zwei Gründe. Also der eine Grund ist, dass im US-Sport, dass es dort eine Konkurrenz zwischen den Sportarten gibt. Wenn die NBA, also der Basketball beispielsweise, langweilig wird, weil immer eine Mannschaft gewinnt, und die Mannschaft aus der eigenen Region immer im Keller steht, dann wenden sich die Leute halt an anderen Sportarten, sei es jetzt dem Football oder dem Baseball zu. Das gibt es in Europa so nicht, der Fußball hat ein gewisses Monopol. Und dann gibt es natürlich auch noch, die amerikanischen Profiligen sind abgeschlossene Veranstaltungen. Dort gibt es keinen Aufstieg, keinen sportlichen Aufstieg, keinen Abstieg, wie es ihn hier in Europa gibt. Und es ist auch immer nur eine Liga, also für die USA und für Kanada. Auch das gibt es in Europa nicht. In Europa gibt es verschiedene nationale Ligen, in denen es allesamt Aufstieg und Abstieg gibt. Dann gibt es noch die Champions League. Und in diesem Fußballsystem wären natürlich solche Sachen wie dieser Draft von Rookies, also die Auswahl von Spielern, die die sportlich schlechtesten, wo sie besser gestellt werden, wäre natürlich nahezu unmöglich umzusetzen, das ist klar. Aber Geilsobergrenzen ließen sich umsetzen. Aber die haben doch eigentlich wenigstens begriffen, dass ein zu freier Markt auch schädlich sein kann, indem er eben Langweile erzeugt. ... Vielen Dank.